Hallo Leute und Willkommen zum zweiten Teil meines 2500 Abonnenten Specials. Ja, damit kommen wir jetzt also zum richtigen Special. Das erste Video war ja das Danke und jetzt kommt das richtige Special und das wird sein ein Gewinnspiel. Und zwar gibt es zu gewinnen einmal Bimiji. Dieses Gewinnspiel wird mir freundlicherweise von SquidCraft bzw. Bimiji-Tester, der unter anderem auch die Whitebody Edition von Graviel gemacht hat. Also erstmal riesen Dank an dich. Daumen legt es in der Beschreibung, geht auf jeden Fall mal rauf, macht ganz coole Videos, macht auch Montagen und so. Also einfach mal rauf gucken und ja. Alles was wir machen müssen um bei diesem Gewinnspiel teilzunehmen ist mich abonnieren, dieses Video zu kommentieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Das ist schon alles was ihr machen müsst. Und dann werdet ihr, ja dann gibt es eine Auslosung am Ende, in zwei Wochen wird die sein, also fast zwei Wochen. Am Freitag den 5. April wird die Auslosung, nein 4. April, tut mir leid. Am Freitag dem 4. April wird die Auslosung dafür sein und ich werde dann den Gewinner anschreiben. Ja, also nochmal kommentieren, abonnieren und bewerten. Hat sich irgendwie so komisch an. Naja, egal. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und nochmal danke für 2.500 Abonnenten und ja dann recht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.